Versuch nehmen wir noch mit, Imke Onnen. Leider muss Imke jetzt aufhören und sie will uns selber sagen, warum Imke. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon in den ersten Sprüngen gesehen. Ich fühle mich heute einfach wirklich nicht so gut und deswegen verzichte ich jetzt auf den weiteren Wettkampf und die weiteren Sprünge. Es tut mir super leid, ich würde sehr, sehr gerne weiter hochspringen. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen gezeigt, dass ich eigentlich fit bin. Und ihr wart auf jeden Fall ein schönes Publikum. Dankeschön. Nicht schön, sondern ein gutes, aber schön auch. Ein sehr gutes. 1,82, Siegerin Imke Onnen. Wir drücken die Daumen für die Saison und dass die Kraft wieder zurückkommt. Dankeschön. Da sind Victory Ceremony High Jump bei Wimmen. Auf Platz 3 nochmal Luisa Decken, TV Wattenscheidt 1,77. Auf dem zweiten Platz, 2nd Place für Emily Whelan, Australia 1,80. 1,80. Und die Siegerin nochmal, Imke Onnen, Hannover 96, 1,82. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020